Das sieht so heftig aus, ey. Wunderschön. Einfach nur die krasse Bombardierung. Boah, Hitshot. Ach da! Oh, Alter. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Uh, hab wenig Leben. Und bin tot. Krasse Sache. Ach komm schon. Das ist doch keine 100 Meter. Kannst nur erzählen, was du willst, ey. Einmal quer über die Map gezielt und ich treffe nichts. Was schießt du ab gerade? Panzerwüchse. Auf das scheiß Geschütz. Ach und das geht? Das kann man kaputt machen. Glaub, ich bräuchte mal die Sonne. Oh, ich hab's erführt. Haha, geil. Wunderschön. Bevor ich jemanden gespottet hab, bin ich tot. Ich bin schlechter Sniper. Ach da! Na also vom Toro kamer Sie jeunes. Ja, ne, ne bei mir geht's. Auf! Verbine! Ja, Last Mangel kommt beim Schatten. Ja, das ist doch gespottet. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Boah, Alter. Da kommt das Ding runter. Wow. Der Wahnsinn. Sieht halt echt verdammt gut aus, hey. Echt! Eine Fliegerung von mir, da! Alter, ein Geballer da unten, hey. Ich guck da nur zu. Weil egal auf wen ich ziele, der ist sofort tot. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Oh. Okay. Das war's. da hat mich einer getroffen wie willst du den treffen aus der entfernung hey und er trifft mich aber das ist krank der guck nur sein verschissene kopf raus ich habe der dolby 51 ja den habe ich jetzt aber schon paar mal gehört der name dolby 51 ich komme auch mit dem panzer artillerie nice da kann man die leute schön in die luft sprengen der dolby 51 alter was schießt du auf uns ich hab so oft die leute mit dem sniper gehittelt die sterben einfach nicht mann auch einfach einfach aber gut kann man von hier oben snipen geht das ja scheiße bin gleich down da war schon heftig der hemdtreffer sah gut aus er kommt drei leute von hinten das war ein headshot durch den smoke noch ein kill noch ein kill drei kills gemacht und hat mich der bomber geholt da kommt einer hoch zu dir ich bin tot da unten wo ich gestorben bin bin schon tot drei leute drei leute in den hang runter rechts ja in die richtung ich kann nicht retten also kann ich nicht was woher denn bestimmt von a irgendwo wie hat der mich gekriegt bitte ich kann nicht schießen meine waffe ist verpackt der welt die waffe nur vor sich jetzt kann ich war verwechseln und dieses flugzeug wo ich habe ihm jetzt ein header verpasst nice danke fürs wiederbeleben jetzt kann ich mich rächen wie viele meter sind das ist A boah Hitshot haha aber was für ein nice den habe ich den habe ich anvisiert mit Q markiert sozusagen hier ist ein Karrer-Nemiko hier ist ein Karrer-Nemiko hier ist ein Karrer-Nemiko hier ist ein Karrer-Nemiko Spielbonus aber ihr habt ehrbar gekämpft lasst den Kopf nicht hängen ihr habt getan was ihr konntet also der eine Typ hat 43 zu 4 wie geht sowas das war's easy schreibt da einer absolut nicht wie kann man es jetzt von 43 zu jetzt hat er 5 43 zu 5 haben keine Ahnung das hat 33 zu 4 40 zu 9 ich habe die nicht einmal gekillt also nicht dass ich mich daran erinnern kann dass ich die gekillt habe Alter auch bei mir hat es Punkte kackelt das war ab nun mal ja ich bin mittendrin mit reingekommen aber trotzdem 3000 Punkte oh jetzt jetzt gibt es Boost oh Angriffsbewertung uh 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 Minus 30 mal 1,3 und da gehen die Punkte hoch 4000 4400 ich habe 11 komm jetzt will ich aber auch ein Battlepact haben weil hier droppen sie glaube ich random nicht so wie bei den anderen Modis ah ok und zwei Fragezeichen sind mit drin nein nein ihr nicht nein ja und ich nicht mal der Generalwaldo oder Whisky ich will mal was zu saufen holen ahja ich hol mir jetzt auch mal gleich ein Whisky 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 Whiskini also ich drück auf beenden äh ja mach ich auch danach ein anderer Mod oder jawohl äh ich hol mal Whisky und ihr könnt deine rauchen ja ihr könnt euch halt währenddessen schon was anderes aussuchen im Normalfall kann ich ja beitreten ne wir warten einfach wir warten einfach ja wenn das in Ordnung geht mir ist es egal du brauchst noch nicht lang oder nein ich ich mach mir kurz ein paar Kader dann zieh ich die Zigarette ruhen dann komm ich wieder ja halt so bis gleich bis gleich ja 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 so unten so ein gutes ja ja und Daumen mein Daumen oder dein Daumen dein das ist ein das ist das ist so immer joh sein und das ist immer sehr es das ist ja das ist ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... ... Sie will nicht holen. Ist okay? Perfekt!